Hallo liebe Ferienhaus-Fans, wir befinden uns mitten im Pinienwald von Dehesa de las Yeguas bei Amparo und ihren Safari-Zelten. Sie hat sich hier einen persönlichen Traum verwirklicht und möchte ihn mit euch teilen. Hallo, willkommen zu Glampin Dehesa de las Yeguas, das ist ein magischer Ort für mich. Es hat drei Tenten mit einem komforten Bett, mit einem guten Shower, das ich denke, ist sehr wichtig, denn es gibt den Resten, das ist eine Familie Zinca. Ich bin hierher, seit ich war ein Kind. Und ich denke, für mich, das ist ein Ort für mich zu relaxieren, zu sein, mit der Natur, mit dem Landtag. Du kannst hierher bringen, dein Kind, hierher, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, du kannst die Finca mit unserer Courage, und auch für die Beach-Lover, du kannst die Beach 8 km entfernt, in Cadiz. Und ich würde gerne die Leute kommen, weil ich denke, dass sie diesen Ort sehr lieben. Ja, ich habe es heute Nacht selber ausprobiert und habe, auch wenn es ein bisschen kalt war zu dieser Jahreszeit, eine Nacht in diesem Zelt verbracht. Und es ist wirklich was Einzigartiges. Die Tiere sind ganz nah bei einem, die Waldgeräusche, man schläft wunderbar warm in den komfortablen Betten. Morgens hat man eine warme Dusche und kann sich ebenfalls sein Frühstück hier auf der wunderschönen Veranda bereiten. Der frische Lavendel steht hier bereits auf dem Tisch. Es ist alles vorbereitet. Probiert es einfach selber aus und kommt in eurem nächsten Urlaub hier in die Dehesa de las Yeguas in Andalusien, bei Cadiz, zu Amparo. So, I would love people to come and to enjoy this beautiful place. Dankeschön! crucifix!! von behind me, các bạn Ha 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 ha! Vielen Dank.